Herzlich Willkommen zu diesem Yoga Video. Ich freue mich, dass du mich begleitest. Mein Name ist Tobias. Ich bin von Yoga Privé. Schön, dass du da bist. Namaste. Ich möchte dieses Yoga Video mit dir teilen. In einer Zeit, in der ganz viel passiert um uns herum. Eine Zeit, in der wir schon ein paar Jahre mit der Pandemie zu kämpfen haben. Und es ist gerade auch eine Zeit, in der ich das Video aufnehme, in der mitten in Europa ein Krieg ausgebrochen ist. Und all das macht was mit uns. Wir reagieren da, jeder von uns ganz verschieden, sei es jetzt einfach in die Resignation zu gehen und sagen, ich kann da eh nichts dabei ändern. Also warum sollte ich mich da jetzt damit beschäftigen? Die anderen haben Sorgen, Nöte, Ängste, andere Wut über diese Fassungslosigkeit und Sinnlosigkeit. Und ich möchte das jetzt gar nicht bewerten. Wir haben da jeder für uns ganz individuelle Bewältigungsstrategien und das ist auch okay so. So sind wir eben. Wir gehen alle ganz unterschiedlich mit solchen Situationen und Herausforderungen um. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann denn Yoga dabei helfen? Und ich möchte mir dir dieses Video teilen und dich auf eine Reise mitnehmen nach innen. Und ich stelle einfach die kühne Behauptung auf, dass ganz tief in uns, in der Essenz, wir friedlich sind. Friedlich, strahlend, voller Licht oder Liebe oder wie auch immer du diese Qualitäten benennen möchtest mit Begriffen. Und wenn wir an Yoga denken, dann denken wir oft oder eigentlich fast ausschließlich an bestimmte tolle Körperhaltungen. Wir denken immer so an diesen Asana-Aspekt im Yoga. Und tatsächlich ist das nur ein Schritt, also ein von acht Gliedern, in die Yoga sich aufwächert. Es ist nur ein Teil von acht Teilen im Yoga, diese Körperbewegung und Asanas. Und doch sind sie so dominant in unserer westlichen Kultur. Aber eigentlich setzt Yoga viel früher an. Und der erste Teil, mit dem Yoga sich beschäftigt, ist die Frage, wie bin ich denn selbst? Mit welcher inneren Einstellung, mit welcher Erwartung, mit welchem Bild von mir selbst praktiziere ich Yoga? Da fängt Yoga an. Nicht in irgendeiner Handstandhaltung oder sonst was anderem, sondern mit der Frage, wie stehe ich zu mir selbst? Ich werde das, wenn du da mehr darüber wissen möchtest, noch verlinken in der Beschreibung des Videos, diese Art Pfade des Yoga. Ich möchte aus dem ersten Pfad, aus dem ersten Teil, die erste Essenz rausgreifen und die lautet im Yoga Ahimsa. Und Ahimsa bedeutet übersetzt Gewaltlosigkeit. Und das ist was, was wir nicht immer erfahren, sei es in uns, mit uns selbst oder auch in uns in Verbindung mit der Umwelt oder auch in der Umwelt, die uns umgibt. Wir sind nicht immer gewaltlos. Das sehen wir ganz deutlich in diesen Zeiten. Und doch beginnt Yoga mit diesem Aspekt. Nichts mit nichts anderem, mit Gewaltlosigkeit beginnt Yoga. Und ich möchte dich einladen, dich dieser Essenz und dieser Qualität anzunähern. Es ist eine Stunde, die wir ganz sanft machen, die uns nach innen führt, die uns mit uns selbst beschäftigen wird. Wir machen ein paar kleine sanfte Körperhaltungen, das ist ganz klar. Und wir nutzen sie, um eine Reise zu machen. Eine Reise in die Wahrnehmung, das Spüren, das Innere Ergründen. Eine Reise vom Kopf, von den Gedankenkreiseln, von den Nöten, Sorgen, Befürchtungen und Ängsten, die wir da in uns herumtragen, in den Körper. Einfach in die Wahrnehmung, in das Dasein. Und du brauchst für diese Yoga-Praxis ein paar Hilfsmittel. Das eine ist eine gute Yogamatte, die bequem ist. Das andere ein bequemes hohes Sitzkissen. Und das dritte, das ist ein Yoga-Bolster, das sind diese dicken Rollen. Das eine habe ich jetzt neben mir. Wenn du sowas nicht zu Hause hast, dann gehen auch jede Menge Decken, die du zu einer großen Rolle zusammenrollst. Und je dicker diese Rolle wird, desto besser und desto gemütlicher wird das alles werden. Du kannst also gerne mal das Video jetzt stoppen an dieser Stelle und dir alles bereit suchen. Und dann treffen wir uns wieder und beginnen gemeinsam mit dieser Yoga-Praxis. Gut. Wenn du dir alles zurechtgesucht hast, bitte ich dich zu einem gemütlichen Sitz anzukommen. Und da geht es jetzt nicht um die äußere Form, nicht um die Frage, was ist denn ein perfekter oder toller Sitz im Yoga. Das ist sowas Äußerliches. Das ist das Ego. Ich will zeigen, wie gut ich sitzen kann. Oder ein Yoga-Sitz muss so und so aussehen, damit der gut ist oder damit das funktioniert. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte dich bitten, dir einen bequemen Sitz zu finden, in dem du dich wohlfühlst. Und das ist vielleicht angenehmer, wenn du ein Sitzkissen nimmst, wenn du dich einfach höher setzt. Dann können die Hüftgelenke ein wenig weicher werden. Dann ist der Sitz auf die Dauer gemütlicher. Und wenn du in die eingerichtet hast, dann leg bitte deine rechte Hand in die linke hinein. Die rechte Hand legt sich in die linke. Das ist eine Schale, die wir formen. Eine Schale, mit der wir etwas halten, etwas sammeln. Und das ist die Aufmerksamkeit. Das ist unser Geist, unsere Sinne, die wir hier bündeln. Und mit dieser Geste bitte ich dich, die Augen langsam zu schließen. Und ich möchte dich mitnehmen auf diesen ersten Schritt in dieser Reise nach innen. Eine Reise zur Wahrnehmung. Dich einladen, dich mit dir selbst zu verbinden. Dich zu spüren, so wie du jetzt bist. Und da geht es nicht um ein richtig oder falsch. Es geht nicht darum, wie sollst du sein, wenn alles perfekt wäre. Das ist alles nicht wichtig. Es geht darum, dass du einfach wahrnimmst, wie du jetzt bist. So wie du bist. Genau so und nicht anders. So ist das jetzt. Okay, so darfst du sein. So bist du jetzt sowieso. Nimm also wahr, was du fühlst und beobachtest. Erstmal rein körperlich. Wie fühlt sich dein Körper, wie fühlt sich dein Sitz jetzt an? Wie berührst du mit dem Becken die Unterlage? Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass der Boden dir Halt gibt, dass er dich trägt und eine Stütze ist. Und so kannst du dein Becken ein wenig tiefer in die Unterlage hineinsinken lassen. Einfach einen Moment, dich mal zu setzen an diesem Ort, an dem du gefunden hast, an dem du bist. Dein Ort. Einfach hier hinsetzen. Mach dich mit der Erde unter dir vertraut. Fühl ihre Kraft. Fühl ihre Ruhe. Und dann beginn dich von diesem geerdeten, zentrierten Bodenkontakt ganz sanft aufzurichten. So eine innere Aufrichtung, eine innere Leichtigkeit nach oben. Nicht, dass du dich irgendwie hochziehst oder irgendwie die Muskulatur besonders anspannst, um dich richtig aufzurichten. Sondern so ein inneres Wachsen, von unten nach oben. Und je höher du hier kommst mit der Aufmerksamkeit zum Brustkorb, desto leichter kannst du werden. Desto freier kannst du hier oben dich aufrichten. Nutze dafür ein paar Schulterkreise, einmal nach hinten kreisen. Ein paar Runden. So als Erinnerung, dass die Schultern jetzt gar nicht so viel Spannung brauchen. Oft sind sie fest, weil sie die Last des Tages tragen. Dass sie mal ganz weich sich kreisen dürfen. Groß und geschmeidig. Und nochmal so eine ganz große Runde mit den Schultern. Bis du sie im hinteren Teil des Brustkorbs gemütlich ablegst. Und die müssen jetzt nichts tun. Die müssen nicht angespannt sein. Die müssen sich nicht heben. Die werden von unten vom Brustkorb gestützt. Die können sich da petten, können sich ablegen. Die können sinken. Und nach außen fließen. Und dann spüre auch in den Nackenbereich. Mache so mal kleine Bewegungen mit dem Kopf bitte. Mal so ganz kleine Mikrobewegungen. Vor, zurück, rechts, links. Mal so spüren. Wie fühlt sich dein Nacken an? Vielleicht wird er dadurch schon ein wenig gelöster und durchlässiger. Und dann komm wieder an mit dieser kleinen Kopfbewegung. Stell dir vor, dass dein Kopf auf einem Polster, auf einem Luftpolster ruht. So dass der gesamte Nackenbereich sich löst und entspannt. Und dann streb mit dem Scheitel ein wenig höher. Richte dich in diese innere Größe auf, die du hast. Erlaube auch den Gesichtszügen, dass sie ein wenig weicher werden dürfen. Und dann beobachte auch dein Geist. Deine Gedanken, die sind sicherlich jetzt da. Das ist ganz normal. Da schwirrt was durch den Kopf. Oft ist es auch ein Gedanke, der sich immer wieder zeigt, der sich verstärkt. Kann aber sein, dass es ganz viele Gedanken sind, wie ein Karussell und eins jagt das andere. Egal was du hier beobachtest. Nimm es wahr. Hier geht es nicht darum, wie du jetzt dich fühlen solltest, wenn alles perfekt wäre. Das ist es ja nicht. Muss es auch nicht sein. Das ist ein Ideal. Aber es geht auch darum, dich zu spüren, dich wahrzunehmen, wie du bist. Jetzt in diesem Augenblick. Und was du denkst, mit was du dich beschäftigst. Das darf jetzt alles noch sein. Und da bist du nur eine beobachtende Instanz. Du bist nicht in diesen Gedanken, in diesem Film wirklich drin, sondern du beobachtest das von außen, von oben. Du beobachtest einfach, was dein Geist macht. Was da kommt und geht oder was einfach immer mehr wird. Und du beobachtest das, du hast so eine innere Distanz zu diesen Gedankenfilmen. Denn das ist nur ein Teil von dir, das bist du nicht komplett. Das ist auch nur ein Teil. Und du beobachtest das. Nimmst einfach wahr. Und dann wendest du dich wieder der Atmung zu. Und das ist ein ganz wichtiger Teil von dir selbst. Du atmest jetzt in diesem Augenblick. Wie atmest du? Wie fühlt sich das an? Auch hier geht es nicht um ein Ideal. Wie wäre die perfekte Atmung, sondern wie ist sie? Wie atmest du jetzt? In diesem Augenblick, wenn du das beobachtest. Wie atmest du ein? Wohin atmest du ein? Und wie fühlt es sich an, dort wieder auszuatmen? Du atmest. Eigentlich wirst du geatmet, wenn du das nur noch beobachtest. Du wirst geatmet. Du beobachtest das Kommen und Gehen des Atems. Mit dem Einatmen kommst du zu dir selbst. Mit dem Ausatmen spürst du den Boden unter dir. Einatmen, bei dir selbst sein. Ausatmen, etwas ruhiger werden. Mit dem Atemzug ist eine innere Einladung hin zu deiner inneren Mitte. Mit jedem Atemzug kommst du mehr und mehr bei dir an. Einfach da sein, bei dir selbst. Und dann vertief den Atemzug, der entsteht. Atme tiefer und feiner ein und tiefer wieder aus. Mach das nochmal, ganz in Ruhe, tief einatmen zu dieser inneren Fülle. Tief in Ruhe wieder ausatmen zu einer inneren Leere. Und dann lässt du die Atmung geschehen, lässt sie frei. Du wirst wieder geatmet und genau so, wie das jetzt ist, ist es gut. Er bittet dich dann, dich wieder zu spüren, deinen Körper wieder zu spüren, dich selbst wahrzunehmen, hier in diesem Augenblick im Sitzen. Also ganz kleine Bewegungen entstehen zu lassen, ein kleiner Bewegungstanz, ganz egal, was du machst, einfach für dich ein bisschen bewegen. Schau einfach, was geschieht, nimm wahr, was du machst. Du machst es für dich jetzt in diesem Augenblick, um dich zu rakeln, zu bewegen. Dann bitte ich dich, die Augen langsam wieder zu öffnen. Innen einen Drehsitz, du bringst die linke Hand an das rechte Bein, rechte Hand hinter dir und wenn du ein Sitzkissen hast, dann vielleicht auf das Sitzkissen, sodass du nicht weit nach hinten zum Boden dich neigen musst, einfach, dass du schön aufgerichtet bleibst. Und dann atme aus, dreh dich sanft nach rechts und atme ein, richte dich innerlich auf. Mit dem Ausatmen entspannst du in die Drehung, lass dein Becken schwer werden. Mit dem Einatmen richtest du dich von unten nach oben ganz sanft auf. Atme. Schöpfe nochmal einen neuen tiefen Atemzug und kommt dann wieder zurück nach vorn. Gut, die rechte Hand an das linke Bein, linke Hand nach hinten auf das Sitzkissen oder Richtung Boden. Im Ausatmen drehst du dich weich und sanft nach links. Im Einatmen richtest du dich innerlich behutsam auf. Mit dem Ausatmen wirst du in die Drehung weicher, wird dein Becken schwerer und es erdet sich. Mit dem Einatmen beginnst du innerlich zu wachsen, ohne dich hochziehen zu müssen. Das ist eher die Leichtigkeit, die dich aufrichtet. Nimm wahr, wie du atmest. Schöpfe nochmal einen neuen tiefen Atemzug und komm dann wieder zurück nach vorn. Gut, ich bitte dich jetzt, zu einem Schneidersitz zu wechseln, wenn du das noch nicht gemacht hast. Du kannst dir auch gerne das andere Bein, wenn du im Schneidersitz schon warst, nach vorn bringen. Das macht oft auch den Sitz gemütlicher. Jetzt überkreuzt du die Arme, das heißt linke Hand an das rechte Bein, rechte Hand an das linke Bein. Einfach da, wo du gut ankommst. Jetzt lass dich sanft nach vorn rollen. Du musst nicht weit sein, einfach nur ein bisschen. Manchmal können die Hände auch Richtung Knie wandern. Du rollst dich sanft ein und bleibst. Wenn du dich jetzt fragst, was du hier machen sollst oder wie weit du dich einrollen sollst, das ist immer eine Frage des Geistes und des Egos. Das ist nicht so wichtig. Komm einfach da an, wo es für dich gut ist. Da bist du richtig. Wenn du magst, dann schließ die Augen. Nimm wahr. Bubatte den Atemfluss im Rücken. Du nimmst Wahl und tauchst ein. Ach, hier nochmal einen schönen weichen Atemzug schöpfen. Und dann richtest du dich langsam auf und merkst dir, welcher Arm und welches Bein vorn ist. Komm nochmal zurück in den Sitz. Die Hände jeweils auf ihr eigenes Bein. Bubachte das Körpergefühl. Und dann wechsel das andere Bein nach vorn. Und überkreuz den anderen Arm nach vorn. Greif noch einmal diagonal zu den Beinen oder Knien. Roll dich weich nach vorn ein. Auch hier einfach da ankommen, wo es für dich jetzt passt. Unabhängig davon, wie es aussieht, was du machst, wie weit es gehen soll oder was hier geschehen soll. Das ist nicht relevant. Es geht um die Wahrnehmung. Du kannst immer was verändern. Du kannst dich tiefer setzen. Du kannst die Knie höher bringen. Je nachdem. Und wenn du gut angekommen bist, dann verweil. Bin die Aufmerksamkeit zu dir. Und spüre, was jetzt ist. In den Beinen. In den Hüftgelenken. Im Becken. Und in den Rücken wahr. Seine Weite und Länge. Den Schultergürtel. Die Schultern können entspannen. Spür die Arme. Hände. Hör aber auch vom Schulterbereich in den Nacken und in den Kopf. Zum Gesicht. Erlaub dir hier weich zu werden. Sanft zu werden. Schöpfe dann mal einen neuen, wohligen Atemzug. Und richte dich dann langsam wieder auf in den Sitz. Noch einmal wahr, wie du jetzt bist. Spür die Atmung, wohin sie fließt. Und dann, wenn die Augen zu sind, dann öffne sie langsam wieder. Und stell die Füße bitte vor dir auf. Komm vom Sitzkissen herunter. Stütz die Arme hinter dir auf. Und die Füße vor dir gemütlich aufsetzen. Wir pendeln jetzt mit den Beinen. Ausatmen nach rechts. Einatmen in die Mitte. Ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Und das machst du weiter. Ganz für dich. Mit deinem guten inneren Gespür zu dir selbst. So dass du dich nicht auf den Kopf konzentrierst. Und auf die Gedanken, was du machen sollst. Warum du das machen sollst. Was es für einen Sinn ergibt. Sondern einfach vom Kopf in den Körper. Immer wieder in den Körper eintauchen. Spüren die Drehbewegung im Rumpfbereich. Dein Becken, wie es nach rechts und links kippt. Nimm deine Beine wahr. Deine Füße. Du tauchst ein. Beobachtest. Und verweilst. Bei dir. Immer das noch einmal zu beiden Seiten. Dann komm wieder zur Mitte zurück. Richte dich für einen Moment auf. Und umarm deine Beine. Umarm dich selbst. Verweile hier. Und verweile hier. Beobachtest du den Atem in deinem Körper. Und dann komm wieder zurück. Stütz noch einmal die Hände hinter dir auf. Jetzt bringst du deinen rechten Außenknöchel gegen den linken Oberschenkel. Wenn du dich jetzt fragst, wo sollen die Hände hin? Wie soll der Abstand sein? Wie nah soll der linke Fuß sein? Dann frag dich das selbst. Und probiere dich aus. Vielleicht magst du kompakter werden. Dann ist die Intensität im Hüftbereich deutlicher. Vielleicht darf es auch sanfter werden. Dann kommst du dann an einen weiteren Abstand. Und mach das für dich. Und auch hier ausatmend in die Seite schwingen. Einatmen zurück. Aus an die andere Seite. Einatmen zurück. Und das machst du weiter. Ohne dich in irgendeiner Haltung zu zwingen. Sondern einfach für dich, sodass es angenehm ist. Dass du respektierst, was im Moment in der Hüftbewegung möglich ist. Dass du Dinge anpasst und verfeinerst. Und sorgsam mit dir umgehst. Noch zweimal jede Seite. Und dann kommst du wieder in die Mitte. Greif noch einmal deine Beine. Umarm sie. Umarm auch dich. Und das Umarmen, das ist eine sehr schöne Erfahrung. Sich selbst zu umarmen. Das ist der tiefe Wunsch des Herzens. Dich anzunehmen, so wie du bist. Dich anzuerkennen. Denn so darfst du sein. So bist du gut. Schöpf also nochmal so einen ganz wohlig, schönen Atemzug, der dich verwöhnt. Und stütz ein letztes Mal die Hände hinter dir auf. Bring jetzt den linken Außenknöchel gegen den rechten Oberschenkel. Auch hier kannst du variieren. Du kannst kompakter werden. Dann wird es intensiver oder sanfter werden. Und die Füße, also den Fuß und die Hände weiter auseinanderziehen. Ausatmen. In die Seite schwingen. Einatmen zur Mitte. Aus zur anderen Seite. Und ein wieder zurück. Macht das weiter. Du kannst auch gerne die Augen schließen dabei. Das lässt uns von den äußeren Eindrücken ein wenig zurücktreten. Das führt uns wieder bewusst an die Verbindung nach innen. Hin zu dir, so wie du bist. Zu diesem Moment, in dem du dich hier bewegst. Nur das ist wichtig. Du bist wichtig. Und am wichtigsten ist das Atmen. Das Wichtigste, was du überhaupt im Leben machst. Atme dich noch zweimal in jeder Seite. Und wenn du in die Mitte zurückkommst, dann stell den Fuß wieder auf. Umarmen dich noch einmal mit diesem inneren, wohligen, angenehmen Gefühl. Du umarmst dich als Anerkennung, dass du so, wie du bist, gut bist. Schütteln Atemfluss wieder bewusster in den Rücken. Um zu fühlen, wie du einatmend den Rücken aufplusterst, wie er breiter wird. Ausatmest, den Rücken wieder kompakter werden lässt und schmaler. Gut, und jetzt brauchst du entweder das Yoga-Bolster oder diese dicke Deckenrolle. Und im Idealfall ist eine Seite flacher als die andere. Also ruhig mal die eine Seite ganz flach drücken. Und wenn du diese Rolle hinter dir auf die Yoga-Matte legst, dann diese flache Seite zu dir. Jetzt brauchst du noch ein Kissen. Und du legst dieses Kissen an das andere Ende dieser Rolle drauf. Jetzt positionier bitte dein Becken vor der Rolle auf die Yoga-Matte. und legst dich mit dem Rücken über diese Rolle drüber. Das Kissen als Kopfkissen. Gut, das braucht einen Moment, um bequemer zu werden. Es sollte sich auf jeden Fall gemütlich anfühlen. Wenn nicht, dann just hier nach. Wenn dein unterer Rücken sehr stark drückt, dann ist die Rolle noch zu hoch. Dann machst du sie flacher. Und wenn der Kopf zu tief ist, dann setz ihn höher. So, wenn du angekommen bist, die Füße noch mal kurz aufgestellt hast, bitte ich dich, die Füße an den Boden zu drücken, dein Becken ein Stück zu heben. Jetzt das Steißbein wegzuschieben Richtung Fersen. Dann wird der untere Rücken lang. Und mit diesem langen unteren Rücken senkst du dein Becken sanft wieder zurück zur Erde. Und dann kannst du auch noch mal probieren, ob es angenehmer ist, die Füße aufzustellen oder die Beine abzulegen. Eins von beiden ist jetzt schöner. Finde das für dich selbst. Wenn du die Füße aufgestellt lassen möchtest, bringst du die Fersen ein Stück nach außen an die matten Ränder und lässt die Knie zusammen sinken. Wenn du die Beine abgelegt haben möchtest, dann lässt du einfach die Füße ganz entspannt zur Seite klappen. Die Arme kannst du auch gern zur Seite ausbreiten. Die Handrücken zum Boden ablegen. Und dann kuschel dich in dieser Haltung. Wenn alles angenehm geworden ist, wenn du dich wirklich wohlfühlst, bist du genau richtig. Komm da bitte an. Genau dort, wo alles schön ist, sich alles gemütlich anfühlt. Da bist du richtig. Da kannst du sein. Und die Augen schließen. Nimm dich in dieser Haltung wahr. Diese sehr, sehr angenehm, schönen Körperhaltung. Die, die Vorderseite deines Körpers weitet. Sie weitet. Sie schenkt Raum. Sie schenkt Größe. Sie öffnet deine Vorderseite hin zur Weite, hin zur Entspannung. Und nimm deine Vorderseite wahr. Dieses Gefühl der Präsenz. Diese Hingabe. Nimm auch deine Atmung wahr, wie sie jetzt fließt. Und dort, wo du sie gut wahrnimmst, da wo sie hinfließt, da vertiefe sie gerne. Beginn tiefer und feiner zu atmen. Jeder Atemzug für dich zu deiner inneren Mitte. Du atmest, um bei dir anzukommen. Nach oben in die Vorderseite atmest du ein. Du wirst präsenter. Du bist da. Nach unten zum Boden atmest du aus. Du entspannst und wirst ruhiger. Ich bitte dich noch einmal, dich körperlich gut einzurichten. Und dann bringst du die Daumen und Zeigefinger kuppend zueinander. Du formst mit den Daumen und Zeigefingern einen Bogen, wie ein OK-Zeichen. Und entspannst die anderen drei Finger. Ein sehr schönes Atem-Modra. Es schafft die Verbindung zur Atmung. Entspann doch mal deinen Körper, lass alles weich werden und liebevoll werden. Deine Haut, deine Muskeln, deine Gelenke. Du atmest. Du atmest, um zu sein. Nach oben einatmen in diese Freiheit, in diese innere Leichtigkeit, diese Präsenz. Nach unten ausatmen in die Entspannung, in die Ruhe, in das Loslassen. Das Atmen schenkt dir mehr Freiheit. Freiheit. Freiheit im Hier und Jetzt. Ich möchte dich auf eine kleine Atemreise mitnehmen. Wir werden ganz einfach vier Zellzeiten einatmen, sechs Zellzeiten ausatmen. Wir machen das die ersten Runden gemeinsam. Ich bitte dich vorbereitend, tiefer auszuatmen und vier Zellzeiten einzuatmen. zwei, drei, vier, fünf, sechs, vier, ein, zwei, drei, vier, sechs, ausatmen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, vier, ein, zwei, drei, vier, sechs, ausatmen. Mach das weiter für dich selbst und immer sechs aus. Beginne dann noch eine neue Runde. Dann lass im Anschluss die Atmung wieder frei, ohne sie zu lenken. werde geatmet. Stell dir sogar vor, dass dein Herz am Atmen teilhaben kann. Du atmest und dein Herz nährt sich. Es beginnt zu leuchten. Ein inneres Leuchten, das du mit dem Einatmen nährst, mit dem Ausatmen in dir ausbreiten lässt. Du atmest ein, bringst dein Herz zum Leuchten, zum Strahlen dieses weite, schöne Herz. Du atmest aus und verteilst dieses Strahlen, diese Helligkeit und Leuchten in deinem Körper, im gesamten Körper. Und durch dieses innere Leuchten können die Sorgen, die Befürchtungen, deine Ängste, können verblassen. Sie werden überstrahlt mit dieser Helligkeit. Du wirst immer ruhiger. Mit diesem Einatmen erlaubst du, dass dieses innere Strahlen sich ausbreitet, dich erfüllt, dass du es aufnimmst. Mit diesem Ausatmen entsteht ein innerer Frieden. 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 Frieden in dir. Frieden um dich herum. Ein innerer Frieden. Mit diesem Gefühl bitte ich dich, die Aufmerksamkeit wieder in deinen eigenen Körper zu lenken. Dich zu fühlen, zu spüren, wie du hier liegst, in dem Raum, in dem du bist. Und mit aller Ruhe und Beseeltheit erste kleine Bewegungen dir zu schenken. Bewegungen, die dich wieder aufwecken, die dir gut tun. Bewahr dir dieses weite, leuchtende Herz, diesen inneren, seligen Frieden, auch wenn du dich langsam aufrichtest zum Sitzen. Wenn du im Sitz angekommen bist, dann bring die Hände vor deinem schönen, weiten, strahlenden Herz zueinander. Eine sehr schöne, friedliche Geste. Frieden in dir. Frieden um dich herum. Ich möchte dich bitten, beim nächsten Mal tiefer auszuatmen und im Einatmen die Arme auszubreiten, einen großen, weiten, umarmenden Bogen nach oben zu machen. Ausatmen, die Hände zueinander zu bringen, dann vor die Stirn, vor den Mund und zurück vor das Herz zu senken. Hat man das bitte noch einmal für dich selbst. Wenn du angekommen bist und es möchtest, einfach wenn es sich gut anfühlt, nur dann dich vor dir selbst und für dich selbst zu verneigen, deinem inneren Danke dafür, dass du bist, wie du bist, dir die Zeit schenktest für dich selbst. Zeit zum Dasein. Zeit für den Frieden. Und dann lass uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Vielen Dank. Namaste. Zeit für den Frieden. 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 Amen.